In Texas ermordet ein 18-Jähriger an einer Volksschule mindestens 19 Kinder. Er wütet so lange mit einer Schusswaffe, bis er selbst von den Sicherheitsbehörden erschossen wird. Solche Armagläufe haben in den USA traurige Tradition. Wieso die Waffengewalt in den USA immer wieder eskaliert, darüber spreche ich heute mit Erik Frey, leitender Redakteur beim Standard. Hi Erik. Hallo. Jetzt sind solche Shootings tragischerweise eben keine Einzelfälle in den USA. Wieso bekommt dieser Fall oder dieser Amoklauf jetzt gerade so viel Aufmerksamkeit? Naja, es liegt sicher an der Zahl der Opfer. Also 19 Tote ist eines der Tragödien mit der höchsten Opferzahl. Es liegt daran, dass es Volksschulkinder sind. Und diese besonders während Amokläufe in anderen Plätzen werden auch als furchtbar wahrgenommen. So wie zuletzt der Amoklauf eines Rechtsextremisten in Buffalo. Aber wenn es sich gegen Schulen richtet, und das tut es sehr, sehr oft, dann wird das als besonders tragisch empfunden, dass dort Kinder ihr Leben lassen müssen und die Eltern auch ihre Kinder verlieren. So zynisch das jetzt klingen mag, aber mittlerweile kennt man das Prozedere nach einem Amoklauf in den Vereinigten Staaten. Und PolitikerInnen zeigen sich natürlich solidarisch oder sprechen ihr Mitgefühl aus. Prominente Schreien oder die Rufe werden nach strengeren Waffengesetzen wieder lauter Hand aufs Herz. Jetzt hat Joe Biden gesagt, wann bieten wir denn der Waffenlobby endlich die Stirn? Wann bieten Sie der Waffenlobby denn endlich die Stirn? Na ja, das Land, wie wir wissen, die USA sind tief gespalten politisch. Und die eine Seite, die Demokraten, die Liberalen, die auch eher an den Küsten leben, sehen diese Tragödien als nicht von Gott gesandt, sondern als verursacht durch völlig falsche liberale Waffengesetze, die es einem 18-Jährigen erlauben, einfach ins Waffengeschäft zu gehen, sich Waffen zu kaufen und dann loszuschießen, ohne jede Prüfung, ohne jede Kontrolle. Für die andere Hälfte, die Konservativen, die Rechten, die auch oft in den ländlichen Gegenden leben, die sagen, tragisch, aber es darf sich keinesfalls was ändern, weil das nächste Schritt, wenn wir jetzt hier auch nur einen Millimeter nachgeben, dann kommen unsere innenpolitischen Feinde, die Demokraten, die Liberalen und nehmen uns unsere Waffen weg und zerstören unseren Lebensstil. Und dann behaupten sie immer, das sind ja Einzelfälle, die meisten Menschen, die Waffen haben, sind ja gesetzestreu und können sich damit auch verteidigen und damit verhindern sie sogar Verbrechen. Also da werden dann Argumente gebracht, die überhaupt auch keine faktische Grundlage haben. Aber in dieser Kulturkampfatmosphäre, die in den USA herrscht, zwischen links und rechts, ist das rechte Lager, sieht solche Vorfälle, solche Tragödien einfach als Störfaktor, die sie aber ja nicht davon abhält, zu sagen, wir müssen unsere Linie erhalten, wir müssen die Waffengesetze, die Freiheit, Waffen zu tragen, muss erhalten bleiben. Und leider haben sie eine starke Rückendeckung auch in den Gerichten und vor allem jetzt auch im obersten Gerichtshof, im Supreme Court. Jetzt hast du es gerade schon angesprochen, mich erinnert diese Diskussion über Waffengesetze an die jetzt gerade wieder erst aufkommende Diskussion über Abtreibungsgesetze. Weil es gibt, diese Themen sind derart polarisiert, es gibt nur Ja oder Nein gefühlt, es gibt kaum noch einen Middle Ground. Wieso ist das Thema Waffenbesitz oder Waffenrechte denn derart polarisiert oder vor allem ideologisiert? Das ist eine gute Frage und so eine klare Antwort darauf gibt es nicht. Vor 30, 40 Jahren war es das noch nicht. Damals war auch der Waffenbesitz relativ liberal, aber es gab Einschränkungen und es gab auch nicht diesen Waffenkult noch nicht. Ich glaube, so sehr die USA als Land, als Gesellschaft ein bisschen nach links gerückt sind, progressiver geworden sind, auch international Waffengesetze auch strikter wurden, weil einfach diese Zahl von, auch in anderen Ländern, solche Amokläufe zugenommen haben, desto mehr hat dann dieses rechte Lager vor allem unterstützt von dieser Waffenlobby, von der National Rifle Association, von der NRA, die auch sehr, sehr gut organisiert war zumindest. Heute ist sie jetzt nicht mehr so, weil sie von Skandalen gebeutelt wurde. Haben es, ist es gelungen, einfach über das politische System dafür zu sorgen, dass da ein Bollwerk entstanden ist. Und es hat nicht nur ausgereicht zu sagen, wir lassen keine weitere Verschärfung zu, sondern wir sorgen dafür, dass die ohnehin bestehenden Einschränkungen noch aufgehoben werden, weil alles ist eine Zumutung, alles ist eine Einschränkung der individuellen Freiheit. Sie verweisen hier auf den zweiten Zusatzartikel zur Verfassung, der in einer sehr verschrobenen Sprache davon spricht, man hat das Recht, Waffen zu tragen, aber es ist nicht davon die Rede, dass 18-Jährige das einfach kaufen können und dann losballern dürfen. Hier ist von Milizen die Rede. Also es ist auch ein Missbrauch der Verfassung, aber leider gibt es zu viele Juristen und Juristinnen, die selbst so ideologisch, politisch so überzeugt sind, dass es hier um den American Way of Life geht, dass sie das auch unterstützen. Die Republikaner blockieren eine Verschärfung der Waffengesetze seit Jahren. Die NRA hat, wie du gesagt hast, damals offensichtlich mehr Einfluss gehabt als heute. Aber abgesehen von jetzt rein ideologischen Themen bzw. Überzeugungen, was ist das Interesse der Republikaner, diese Gesetze so lasch zu halten? Ist es nur Ideologie? Es gibt sicher einen Lifestyle-Aspekt dabei. Es gibt viele Amerikaner, die in den Dörfern leben, die am Land leben, die tun gerne jagen. Das ist sehr stark, noch viel stärker als bei uns, so eine Frage einer Art des Lebensstils. Es gibt auch die Angst vor Verbrechen und diese falsche Überzeugung, wenn ich eine Waffe zu Hause habe, dann kann ich mich verteidigen, dann kann ich mein Leben retten. Was sie dabei völlig übersehen wird, ist, die größte Zahl an Schusswaffenopfern in den USA sind Suizide. Das heißt, Menschen, die die Waffe zu Hause haben, in einer Krisensituation ergreifen sie sich und bringen sich selbst um oder bringen auch Partnerinnen oder Partner um. Aber das wird ignoriert. Da ist sicher eine starke, in einer Minderheit des Landes, 30 Prozent, ist das ein Bewusstsein, das ist uns wichtig. Und dann aber wird daraus eine Art Popanz gemacht, ein Kult gemacht. Und der wirkt auch über die Menschen hinaus, die eine Waffe besitzen. Das wird auch irgendwie zu einer Waffe, im metaphorischen Sinne, gegen diese eingebildeten liberalen Eliten, die uns alles Mögliche wegnehmen wollen. Und ja, bei der Abtreibung kommt der christliche Glaube noch dazu, aber auch das ist offenbar hier, auch bei den Waffen gibt es diese Evangelikalen, tragen auch diese seltsame Pioniergeist mit sich herum, die auch ein bisschen da gefördert wird. Und die Art, wie die Gerichte in den letzten Jahren besetzt wurden, hat diese wirklich gefährliche Ideologie bis in die obersten Ränge hinauf hier Besitzergriffen von den Institutionen, die letztlich die Entscheidungen treffen. Nach diesem ohne Frage total schrecklichen Amoklauf werden jetzt eben wieder die Rufe nach strengeren Waffengesetzen laut. Joe Biden spricht sich dafür aus, Barack Obama spricht sich dafür aus, natürlich beides Demokraten, auch viele Schauspieler, die auch, glaube ich, eher dem liberalen Spektrum zuzuordnen sind. Aber Hand aufs Herz, wie wahrscheinlich ist denn eine, sage ich mal, ein strengeres Waffengesetz in den USA in absehbarer Zeit? Es schaut gar nicht danach aus. Es hat das Repräsentantenhaus, wo die Demokraten eine Mehrheit haben, haben ein Gesetz verabschiedet, wo es nur um Kontrollen geht. Dass Leute, bevor sie eine Waffe kaufen, einfach Background-Checks bekommen, einfach nachgeschaut wird, sind sie verlässlich. Im Senat haben die Demokraten zwar eine ganz, ganz knappe Mehrheit, aber es gibt den sogenannten Filibuster, der für die meisten Gesetze bedeutet, dass sie nicht mit 50 oder 51, sondern nur mit 60 Stimmen ein Gesetz verabschieden könnten. Jetzt könnte man sich vorstellen, dieser Filibuster steht hier in keinem Gesetzbuch, nicht in der Verfassung. Der könnte auch aufgehoben werden. Aber dazu braucht man alle demokratischen Senatoren. Und zumindest einer, Joe Manchin in West Virginia, kommt aus einem Bundesstaat, der sehr ländlich ist, sehr republikanisch ist, wo sehr viele Waffen im Besitz von Menschen sind. Und der würde den Teufel tun, bevor er sich hier den Filibuster, an dem er auch hängt, hier der Waffengesetze wegen irgendwo untergräbt. Also die Chancen sind jetzt nicht existent, wie wir es in den letzten Jahren erlebt haben. Diese Tragödien werden dann wieder rutschen, wieder aus den Schlagzeilen, werden wieder vergessen. Vielleicht, da muss sich grundlegend das politische Gleichgewicht in den USA ändern. Da müssen Demokraten wirklich eine deutliche Mehrheit haben in beiden Kammern des Kongresses und nicht mehr abhängig sein von solchen sehr konservativen Demokraten wie Manchin und wie auch einige andere, die auch ihrer Wiederwahl wegen sagen, nein, das Thema rühre ich nicht an. Erik Frey, vielen herzlichen Dank für deine Einschätzung und deine Antworten. Sehr gerne.